Ja, bevor ich da loslege, legen wir den Film ein. Da ist diese Instax-Kassette, nicht draufgreifen. Da legen wir jetzt die Kassette ein. Für Analphabeten haben Sie den gelben Strich angelegt. Wunderbar. Ist schon drinnen. Und auf den Knopf drücken, dann kommt diese Abdeckung von der Instax-Kassette raus. Schauen wir uns an, wie er von draußen kommt. Oder wie wir das ganze starten. Also, blauer Knopf. Nein, blauer Knopf. Der Knopf ist schwarz und der Ring ist rot. Das Lampelö ist auch blau. Da interessiert sich noch jemand für die Kamera. Und bis jetzt. Über die Kamera. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020